Eine praktische Neuerung ist das direkte Ansprechen einer Person im E-Mail-Text mithilfe einer Erwähnung. Geben Sie das Add-Zeichen ein und wählen Sie aus der eingeblendeten Liste die gewünschte Person aus. War die Person bisher nicht als Empfänger eingetragen, wird sie nun automatisch in das Feld An übernommen. Dies gilt auch, wenn sie vorher als Kopieempfänger oder als Blindkopieempfänger eingetragen war. Jetzt können Sie noch einen persönlichen Text eingeben und die E-Mail vervollständigen. Erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie erwähnt wurden, erkennen Sie dies im Posteingang am Add-Symbol. Möchten Sie alle E-Mails anzeigen lassen, in denen Sie erwähnt wurden, können Sie über den Pfeil neben der Schaltfläche schnell den entsprechenden Filter wählen. Möchten Sie alle E-Mail-Text mithilfe einer Erwähnung bei dieser Erwähnung von Regen Mobius. Vielen Dank.